hallo leute und da sind wir wieder bei let's play minecraft together wieder mit seinen alten freund klopapier 720p was immer wieder genau genau und wieder dasselbe spiel das selbe spiel ja immer dieser rücken hier immer dieser rücken mit deinem alter ist das natürlich genau also ich habe schon das alte reifen rückenschmerzen haben darf ja klar auf alle fälle das reicht doch jetzt oder das müssen ja wir haben ja hinten sowieso ein raum machen irgendwie haben wir doch schon sie ist ja und hierhin kommen wir noch zwei platz weil wir ja hier unseren wartungsschacht haben oder wie man das auch immer nennen möchte hier wieder zu machen ja was machst du da ja hier muss offen lassen hier kommt das kleine löchlein ach stimmt da kommt ja ein löchlein das winzig kleine löchlein ja da wird die kleine der da vorne dabei hängt so irgendwo ja aber gib mal rauf zuerst denn dann können wir dann später bauen erst mal oben die hardware platziert den tank ja welche farbe nehmen grün was nehmen wir denn baut ja grün gibt es auch stimmt grün grün sind alle meine farben grün ist alles was ich mag so äh wann gehst du schon wieder ja unten wollen und den tank wollen wir bauen wir haben ja in der letzten folge unsere so gasanlage ein wenig und dann wollen wir den tank wollen wir bauen dafür den tank bauen wir den tank dann baue ich den bitcraft kosuma und producer und so weiter oder oder bau du den tank ich hab dich das letzte mal gebaut ja wie geht denn die scheiße musst du bauen mit zycorium äh diesen grünen zycorium und da musst du immer neun stück in crafting table da kriegst du ein block von neun stück und welf haben wir nicht mehr musst du noch einen welf und diese glas dinger machen ganz normale glas aha ganz deiner meinung ich verstehe überhaupt nicht hotel aber egal warum hab ich geleckt hab ich geleckt ne ne aber wenn man einen blinden fragt ja du musst ein welf bauen ein welf ich baue dir erstmal die blöcke und die ganz normalen gläser die müssten warte mal die gläser müssten wir aber noch ja gläser haben wir noch fünf stück glas wie hoher füge dir mal hier mit in deinen crafting table rein ok ja was brauchen wir da blue green green zycorium wo bist du ganz am rechten ja ja genau da hab ich dir die reingetan die schraubt man das zycorium so was brauchen wir wir brauchen ein wir wollen von build craft auf industrial craft also brauchen wir ein bc konsum konsumer und ic producer so in der art und weise producer und konsum konsum produce piston stone gear ich bin ja grad überfordert eigentlich nicht so nur mit diesem dämlichen welf das ist nicht sowas was ich mir vorstelle so das bau weiß aber welches oder ja ja es gibt ja nur eins anja wut 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 machen wir mal hier an den aber jetzt ist schon wieder süß bei mir ist schon wieder dunkel bei mir ist nur dunkel ich wohne im keller ich wohne im keller ich wohne im keller oder warst du mal eins jeder den das sieht jeder den das sieht edcrafter hat mich eingesperrt n b schreibt unten in den kommentaren einsperren klo Klo. Oder freilassen. Nee, einsperren. Bitte freilassen. Nee, einsperren. Was sagt die dazu? Ich wäre für freilassen. Ich wäre für einsperren. Oder weiterhin eingesperrt lassen. Trifte es besser. 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 Hier dein... Dein Welf hier. Schnauze hier. Und... Boomer. Bildkraftkonsum. Stöling-Engine. Engine. Angina. Hast du Angina? Oh, nee. So. Sagen wir, dass ich da vier brauch. Klar. So. Du bist schuld. Jetzt haben wir einen Bildkraftkonsum. Schau mal noch die komische... Oh, jetzt habe ich müssen ein Singleplayer-Let's-Play rausbringen, weil du einfach, ja... für die Fische bist. Ich war nicht da. Ich war nicht. Ja, ja. Immer diese faulen Ausreden da, ey. So, guck mal. Jetzt hört es mal. Jetzt hört es mal, wie er zu mir ist. Was ich... Ja, ist ja Tatsache, die User werden das bezeugen, dass das ne Frechheit ist. Heute kein Video rausgebracht. Ja, ich... Man kann ja auch nicht immer da sein. Hast du aber da zu sein. Sag den da, schreib den unter Kommentaren, sei da für uns. Brauen dich. Scheiß aus. Scheiß aus, wir brauen dich. Oder braucht ihr keinen Klopapier am Scheiß aus? Putsch der dich mit den Händen in den Arsch ab. Hätte gern mal einen vernünftigen, aber so einen Spitznamen, so weißt du, für Ed... Ed gibt's, für Ed-Göfter gibt's Ed. Ed-Schwefti. Ed, Kobe, Kobe, oder Ed-Schwefti. Aber was gibt's für ein Klopapier? Ich mein... Scheiß aus. Ich find den aber cool, ich find den cool, aber... Nünftigen Spitznamen. Ich wär für Scheiß aus. Schreiben... Wenn ihr einen coolen habt, einen Spitznamen, irgendwie, oder sowas... Schreibt mir mal, schreibt mir mal, bewahrt Nachrichten, Kommentare, schreibt mir mal. Vielleicht ist ihr auch was cooles dabei. Vielleicht habt ihr auch was cooles für mich. Belikan. Ja, das passt ja nett. Das passt ja nett. Ja, das war dein Alter-Account. Das war ein F2LV-Producer. Alter, das Grün ist halt ziemlich extrem. V-Transform. Halt, Kabel, Holz und Kopper. Ist das Biomass eigentlich Grün schon, oder? Oder ist das das Orange-Zeug da? das ist biomasse und biofuel gibt ja das war gerade mein zweites ich was sie da gesehen haben der kommt manchmal durch ich wieder ein zweites ich das hast du schon wieder gemacht du dummes gesicht immer dasselbe mit dir man hat nur ärger dann wunderst du dich warum ich dich in keller einspielen was brauche ich noch mal hier ein kupferholz und kupferkabel kupferholz und kupferkabel ganz deiner meinung da schaut der typ da sagt jetzt keine weiter hältst du es trotzdem mit mir aus ja was die so lange es noch tabletten gibt ja die muss ich noch muss mal wieder welche nehmen hier fängt schon wieder an fängt schon wieder an zuckungen wieder so zuckung ich auch mit dir gold 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 ja wir wollen nur gold ich wollte mein körper jetzt habe ich das schon mal hier bist du denn ja bei den tanks bei den tanks bauen bei dem tank bauen den tanks bauen ich brauche vor allem nur ein paar glas scheiben hast du nur fünf das geht ja nicht aus vorher neun fünft schon krass aus ach der kack heftig wie haben die geheißen wiewer oder seien gehörter klaus glas einfach glas einfach glas wäre ja nicht so als hätten wir hier 250 verschiedene gläser aber ganz der meinung hier glas wie was sag ich doch habe ich doch gesagt glas wie ja ja wie war wie weiß ein kanal warte mal wien das kennst du ja du bist ja wien wien klar der ist ja hier ich erkenne ich das du wien 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 glas faser wien voll die wien wien wie soll mir das denn überhaupt hinstellen ich habe alles was hier im auge Ich muss mir auch immer mein Auge rausholen. Hier wollen wir den Fermenter hinstellen. Was wir nicht alles wollen. Warum bauen wir hier die Energie durch? Bauen wir hier unten rein. Bau eine Brücke. Erober unser neues Land. Ach ja, Tür zu vor der Nase. Ah ja. Was sag ich wohl gern? Ich wollte mich doch alle verarschen. Das würden wir niemals tun. Immer dasselbe mit euch. Nur verarschen wollte ich. Aber nur dich. Ja, wie denn sonst? Die Franz eben. So, der Tank ist fertig. Gibt's diese FF nicht in andere Farben? Mit Buildcraft Energie. Schauen wir mal, was der für einen Pfuchstauben dreht, ey. Buildcraft, da muss Industrialcraft hin und da muss... Ach du meine Güte. Buildcraft Strom. Nimm das... Den Klopapier... Die Geräte weg. Haha. Haha. Ich will da nur hier hin, ey. Ich will da nur helfen, aber... Hier... Hier kommt der... Ja, was willst du hier? Ich helfe mal, ich bringe ihn unter die Erde und ist Ruhe hier. Ja, ja, so ist er. So, hier kommt... Hier... Uh. So, jetzt haben wir endlich Ruhe von Ihnen. Kann ich mal weiter erklären. Hier kommt der Fermenter hin. Da brauchen wir noch Buildcraft und... Ja, zuerst müssen wir hier die Leiche verschwinden. Keine Ahnung, was wir mit der machen. Vielleicht... Vielleicht habt ihr Ideen. Schreibt das in die Kommentare, was machen wir damit. Flusswerfen finde ich nicht so toll. Da taucht immer wieder auf. Das muss einfach... Ja, verbrennen oder so. Aha. So, ich habe jetzt hier... Buildcraft, Consumer... Aber wir müssen ja... Hinten muss ja Buildcraft hin. Hier. Hier. Ja, schön. Und daneben muss Strom hin. So. So. So, und hier muss Strom hin. Zum Kompressor. Also... Also können wir quasi... So hier... Ein kleines Beispiel. Bildcraft, Consumer... Oder? Bildcraft, Consumer als erstes. Hier hin. So. Genau. Dann Energiebrücke. Dann Energiebrücke. Und dann... Äh... Der. Genau, und dann hinten weiter mit Glasfasserkabel. Ja, die habe ich auch einsteigen. Genau. Dann müsste der schon Strom bekommen. So. So. Upsala. So, und so. Genau. Ja, ja. Er kriegt Saft. Und wenn wir hier dann ein... Warte hier jetzt. Landball rein tun, müsste er da raus... Da raus, da raus, da raus, da raus. Hier da ist, hier da ist, hier da ist, hier da. Also er nimmt sich fünf bis sechs Megatool. Jo. Ja, aber nicht dauernd. Das ist ja... Lürft ja nicht dauernd. Genau. Hey, hier haben wir ja... Hier müssen wir ja noch... Genau. So. Genau. Und hier kann jetzt der Verminder hin, gell? Genau. Wird schön zu passen, wie er sagt. Ich hoffe doch. Ja, ich hoffe auch. So. Möchten Sie den machen, Herr Schwäfti? Oder soll ich ihn machen? Machen Sie nur, Miss Klopapier? Oder soll ich den Tesseract machen? Oder möchten Sie den machen? Ich denke mal, Tesseract, lass du bitte die Hände davon. Du schrottest wieder alles. Du setzt wieder alles in den Sand. Einmal. Einmal hab ich das getan. Ja, 16 Enderpearl. Wie viel braucht man pro Tesseract Enderpearl? Vier. Also mach ich den Verminder. Ja, ja, ich seh schon. Er will's mir nicht machen. Ich vertraue dir nicht. Verminder. Ach, Drones. Frame. Hast du den Rest auch schon fertig gemacht für den Tesseract? Nee. Kein nichts fertig gemacht. Doch, ne Frame liegt noch drin. Naja, die hatte ich über... Also, hatte ich mehr von... Aber wir brauchen doch zwei, oder? Oder nicht? Stimmt. Ach du... Fuzzbip. Ja, ja, ich... Ja, 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 ja. Jetzt habt ihr's mitgekriegt. Der Schwäffi hat er sich selbst verraten. Was hab ich mir selbst verraten, du? Gib dir gleich eine... Fresse. Wir haben keine Bronze mehr. Gratuliere. 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 Wir haben keinen Harten mehr. Was ist das? Gratuliere. 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 Wie machen wir das denn? Was für ein komisches Bronze-Zeug. Obsidian. Kupfer und Zinn. Ach doch, das bleibt sogar bei Kupfer und Zinn. Ja, aber ich glaub... Ja, doch. Nee. Ah, der Kumpane ist auch wieder da. Jo. Man schreibt's nur Jojo. Äh... Moin Moin. Jo. Warum haben wir denn Kupfer? Er hat's... Warum sollten wir's nicht haben? Ja, weil die automatische Schmelzanlage normalerweise alles weg macht. Deswegen sollten wir's nicht haben. Wie viel haben wir denn? Immer so zwei oder so. Ja, das ist normal, weil wir... Wir haben keine Query an. Das stimmt schon, weil wir ja sagen, er soll... Ah, immer fünf, gell? Genau, ja. Das heißt, wir bleiben immer fünf in Lager. Sicher ist sicher. Was wir's mal brauchen. Klopapier. Klopapier ist wieder natürlich... Ja. Ich sag lieber nix dazu, ne? Bildet eure Meinung. Einfach... Liquid. Ich glaub der hat sich... Ich glaub der hat sich... Ich glaub der hat sich gegen mich eingeschossen. Der Arsch. Nee, mein Arsch ist noch bei mir. So ist das. Und ich dachte, wir werden Freunde. Denk nicht zu viel. Mich juckt's da ein bisschen. Ja, ja. Mich juckt's auch. An der Stelle, die ich jetzt nicht zeigen darf hier. So. Er meint wohl da unten irgendwo bei ihm, wo nix dran ist. Nein, am Hinterkopf. Denkst du denn schon wieder? Du denkst schon wieder so sauig. Ich sag mal lieber nix dazu. So. Fermenter steht. Er steht. Okay. Wenn er steht, dann steht er. Das ist klar. Du weißt schon, dass der Fermenter auch Wasser braucht. Ja. Schön für einen Fermenter. Und was soll ich jetzt machen? Wollen wir was vom Wassertank unten machen, oder? Ja, damit dafür irgendwas gebraucht wird, oder? Ja, dann brauchen wir aber schon wieder drei Liquid Tesseracts. Dann mach doch. Oder wollen wir hier hochlegen? Ah, wir könnten ja... Wo sind denn die Tanks? Die wollen schlafen gehen. Gehen wir mal schlafen. Ich hab keinen Chat an. Ja, dann geh mal schlafen einfach. Komm schon. Ja, warte, warte. Hopp. Beeil dich. Gemo, gib Gas, ey. Genau, wir online. Ach ja. Und nun... Beenden wir das Let's Play. Wie wir schlafen gehen. Und jetzt setzen wir uns einfach zusammen und erzählen... Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich würde gerade ein Schwank aus meiner Jugend erzählen, aber naja, ist schon wieder vorbei. Ich bin so lange her, ey. Du alter, sag du, ey. Vergiss das lieber. Hier sind doch gar nicht die Tanks, oder? Voll falsch rüber geboten. Oh. Voll die Memme, ey. Hört ich. Was sind die Tanks? Was sind die Tanks denn? Die Tanks. Danks. Word of Danks. Das heißt, das Spiel. Also kannst du grad mal vier Liquid-Tetherx machen? Kannst mich grad mal am Arsch lecken, ey. Wieso? Wir brauchen aber Wasser hier beim Fermenter. Ja dann... Oder sollen wir... Hopp, hopp. So, so, so. Und... Was? Kannst deine Videos anschauen, dann weißt du's. So. Deine Videos guck ich mir nicht. Ich möchte deine auch nicht. Ich mag dich nicht. Ich dich auch nicht. Ich hab dich schon deabonniert. Ja, ich dich auch. Äh, soll ich hier einen Liquid-Transposer machen? Nein, ein, äh, Aquarius-Akkumulator. Ja, wir haben unten einen Stil, nimm den. Seh, der, was hier nach vorne steht. Brauchen wir eh nicht mehr. Da ist er, da ist er. Komm, komm. Ja komm. Steht der hier? Nimm den da. Die brauchen wir eh nicht mehr. Oder... Ne, wir haben ja noch so ein Wasser-Dings. Du hast ja gesagt, wir haben noch... Was? Seh, dieses blaue, unendliche Wasserquelle da vorne. Dings-Pumps da. Ach stimmt, wir haben ja noch so eins. Stimmt, das gab ja immer zwei. Ja, ja, ja. Verstehst du. Genau, verstehst du. Das ist eine Dings da. Naja, das hol ich mal. Ich bin ganz hohl, du. Stimmt, das gab ja immer zwei. Ich hol die Birne, du. Ich dich fleischen jetzt. Das war von Xy... 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 Pium Water. Oh... Wie ist die Tassatur mit mir hier? Ja... Das wundert mich nichts, würde ich auch nicht machen. So was ist los, ey... Aber für was können wir den denn mit Wasser befüllen? Ist die scheiße galle, ey. Ich glaube, befüllt werden muss der von oben, oder? Mit, 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 mit... Ja. Mit, 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 mit... Ach du Kacke, ne, das wird ja wohl nichts. Bei Fermenta, was brauch ich denn unten rein? Liquid, irgendwas Kacke. Fertilizer. Ja, haben wir das? Nee. Na klar haben wir das. Ja, wie viel? Ja, genug. Dann ist gut. Wenn du sagst, wir haben es, dann haben wir es. Fertilizer haben wir 75 und Apatet haben wir 1332. Ich weiß, wie viel Fertilizer das gibt. Dann ist ja gut, wenn wir das haben. Das gibt... Ja, 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 ganz deiner Meinung. Mit 2 Sand gibt es 1 Apatet 6 Fertilizer. Ja, passt schon, alles gut. Wir wissen, dass du es besser weißt, wie wir. Ne, nur wie du. Besser wissen. Manchmal. Dafür auch mal was besser, wie du wissen. Nein, so nicht. Ja, wie das funktioniert, das verbindet sich mit dem Ding nicht. Ja, hätte ich auch nicht. Also doch, Liquid Transposer. Äh, Aquarius Akkumulator. Hä, warum? Hallo, 1. Also doch der gute alte Aquarius. So, jetzt geht's. Und da haben wir... ...Wir sieht von dem Ding passt. Wir haben ja überall so Blöcke, wo man da raufhauen muss. So richtig mit der Faust, so BAM. Damit sich irgendwas tut. Meinst du das? Ja unten, bei der Rolltreppe muss du auf den Block draufhauen. Bei der Mauer muss... äh, bei der Tür muss du auf den Block draufhauen. Immer draufhauen. Voll draufhauen. BAM! BAM! Voll die Füße! BAM! 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 was wasser rein wasserein das ist sein so ist das das waren wir in worte aber glaube ich noch ein ich sinke und winke das geht gar nicht ja dann lassen wir das wasser sein hier und ob es funktioniert oder nicht in der nächsten folge echt sind wir schon wieder fertig das ist halt wenn klubberband nix auf die reihe bringt also wenn du das gesehen hast schreibt runter ich war nicht afk ich war nur beschäftigt nein ich war nur beschäftigt ja dann ja dann geht es halt in der nächsten folge hier weiter genau also mit ein ciao nichts vergessen bis zum nächsten mal so irgendwie war das so genau was wie ja bis zum nächsten mal da wo ciao macht es gut tschüss